Das ist der Musikalischste, der da kommt. Ja, ich glaube, die feiern immer noch die Jungs, auch in der Technik-Hunderbache, über die neuen Kram, die wir dieses Jahr im Dienst geben konnten. Wir sind mit dem in der Lage, dass wir einen PKW anüben können, über einen LKW drüber weg praktisch. Das ist eine extrem hohe Ausladung bei einer mega großen Masse, die der bewegen kann. Und jetzt kommt ja hier etwas aus einer ganz anderen Richtung, Technik und Umwelt, so eben. Und jetzt steht hier groß dran...